Herzlich Willkommen zum neuen Video von Battlefield 3 Wir zocken heute mit Zelle Ich muss das hier leider so aufnehmen, weil irgendwie mein Battlefield 3 ein bisschen gespackt hat und mein Fraps und irgendwie alles ein bisschen gespackt hat und das ist jetzt schnell vorgespult und ja, viel Spaß dabei und bis zum nächsten Video und ja, jetzt haben wir noch 24 Sekunden also es ist halt alles vorgespult und ja, ich hoffe ihr habt Spaß dabei bewertet's, alles in die Kommentare und so und ja, bis dann, ciao herr Obero Insel Kark Das steht auf. Also? Eroberung. Weil dann so ein Kacken kommen raus und hören so ein Pfeifen. Hören so ein Pfeifen so. Ich denke, so pfeift der nicht jetzt her. Habe ich mein Mikro nicht auf dem Nude? Dann setze ich die Headphones auf. Eroberung, ich bin sein Karten. Hä? Ja, join mal nach. Ich mach schon mal Squat auf. Ja, weil ich habe jetzt die ganze Zeit aufgenommen. Was heißt die ganze Zeit? Die letzten 15 Sekunden oder so. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, gut, wenn es wieder kommt, gell? Und ich habe halt gedacht, okay. So, wenn er kommt, fahrt ich aus, ne? Und was kommt? Eroberung ins Kack. Und plötzlich kommst du rein. Oh, das war ja schon der Zucker. So, spawne ich jetzt. Neh, aber die Chevalen mit. Äh, Selle nimmst du da ein Ding? Nimmst du da ein, äh, wie hältst du das gleich wieder? Äh, dieses... Äh, Moment, warte, ich hab's gleich. Nimmst du da bitte dieses Versorger da, genau das. Und dann musst du mal, und dann musst du mal wollen wir spawnen, ja? Aaaaaaah. Win. Alter. War gerade frustriert, dass ich niemanden erwischt habe im Chat. Dann bin ich einfach in den Heli reingeflogen. War überglücklich, dass ich halt... Ich sterbe zwar selber, aber der Heli geht auch drauf. Dann prall ich einfach an dem Heli ab. Der Heli geht drauf. Ich bekomme Roadkill und ich, äh, der ist jetzt einfach ein bisschen auf andernanspüllen. Cool, was? Total schnieke. Schnieke. Nein. Nee, die geht. Nee, alter Mann. Werf dein... Alter, es gibt's nicht. Ja, und du bist schon wieder mitten in der Bamba. Wie, der lebt noch? Erzähl mir mal keinen Scheiß, Digga. Der lebt noch. Nein, was macht der denn da? Hahahaha. 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 Wir hätten den Viper gehabt, Mann. Was machst du da? Hahahaha. Was macht der denn da? Hahahaha. Ich will nicht mehr leben. Hahahaha. 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 Will überleben. Alter, hätten wir die Viper gehabt und ich denk so, okay wir schießen nicht auf die Viper, ich heb extra meine RPG noch nach oben, weil ich schon geschossen hab, ne? Ja. Die ist drüber und denk mir so, hoch, grad so. Dann kommt der Able und... Hahahaha. Hahahaha. Alter, ich hab mein Headset auf den Tisch geschmissen und bin im Team auch nach der. Hahahaha. Hahahaha. Oh Gott, aber zu geil. Hahahaha. 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 Alle frei. Er reckt. Toh, da ist er schon mal abgehaut. Ach jaaa. Oh nein, deren Händezick. Ja, wo ist er denn jetzt hin? Er steht Achtung. Genau vor uns. Vor dem Stein. Ja. Ja gut.